Wir kommen zur Seite des Bauchmuskels, Corinna hat schon die Position eingenommen, das rechte Knie hat schon über das linke geschlagen und jetzt wandert der gegenüberliegende Ellenbogen zum Knie, auch hier wieder bei der Kontraktion ausatmen, zurück öffnen, genau, noch einmal, genau, Seite wechseln, anderes Knie, den gegenüberliegenden Arm, auch hier wieder rüber wandern, Ellenbogen öffnen, seitliche Bauchmuskeln, jawohl, genau, schön sein lassen, zwei Sekunden hoch, zwei Sekunden runter, schön langsam, jawohl, nicht zu schnell werden, schön langsam in die Kontraktion und dann wieder langsam öffnen, genau, sehr gut.